Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank für die nette Einführung, Jens. Wir hatten das Thema Mythen der Neurodidaktik ausgemacht und ich mag das Wort eigentlich schon nicht, deshalb habe ich es in Anführungszeichen geschrieben. Eigentlich könnte man sich darunter auch vorstellen, wie man das Zentralnervensystem in den Biologieunterricht bringt, aber es hat eine andere Bedeutung. Es geht um die Frage, ob Erkenntnisse, die wir über das Gehirn gewonnen haben, ob die dazu beitragen können, dass der Schulunterricht besser wird, um es verknappt zu sagen. Und manche kennen vielleicht meine eher kritische Auffassung dazu. Ich werde heute versuchen, etwas ausgewogen darüber zu sprechen. Ich habe mich entschieden, wieso geht das nicht weiter? Ne, muss man schauen. Doch, jetzt geht es weiter. Ja, die erste, ich habe vier Schwerpunkte. Ich werde zunächst darüber sprechen, warum uns das Gehirn so interessiert. Was ist wirklich eine gute Erklärung für Lernen? Wann ist Gehirnforschung gefährlich für die Schule? Und dass es durchaus ein paar Erkenntnisse gibt, die wir auch als Lernforscher zur Kenntnis nehmen sollten. Ja, was wissen wir über das Gehirn und was macht es so sexy? Es gibt seit einiger Zeit, aber die Technik ist in den letzten Jahrzehnten sehr fortgeschritten, die Möglichkeit, sozusagen neurale Korrelate von Erleben und Verhalten zu erfassen. Durch diese technischen Methoden, die ich hier darstelle, da wird entweder die elektrische Aktivität, der Sauerstoffverbrauch oder der Glucoseverbrauch im Gehirn gemessen, während eben die Leute eine Aufgabe lösen. Das ist natürlich hochinteressant zu schauen, was im Gehirn genau vor sich geht in diesen Aspekten. Mehr wissen wir nicht, nur eben über die Sachen, die ich genannt habe, während bestimmte Aufgaben gelöst werden. Welche Teile werden besonders aktiviert? Wie schnell verschwinden Aktivierungen wieder? Das sind also neuronale oder neurale, wie es auf Englisch heißt, Korrelate, die dann Aufschluss darüber geben, was im Gehirn abläuft. Und das ist natürlich hochinteressant. Bei Ihnen läuft jederzeit etwas ab. Jede Kleinigkeit, die wir machen, schlägt sich im Gehirn nieder. Aber natürlich ist es nicht kausal. Also das ist einfach ein Korrelat. Es ist parallel zu dem. Aber das Gehirn ist natürlich mit das interessanteste Organ, das wir haben. Es hat allerlei Projektionsflächen. Und wenn man einfach nur in Google Bilder mal eingibt, Gehirn, oder dann gibt es so schöne Bilder, die einen so, ja, einerseits haben sie einen gewissen künstlerischen Wert. Sie erinnern einen auch an Dinge, die man kennt, die Landkarte. Und das ist auch eine Sache, die in der Hirnforschung eine große Rolle spielt. Welche Teile sind bei der Verarbeitung welcher Information besonders aktiviert? Und die Fehlvorstellung wäre schon zu sagen, die sind dafür zuständig. Und das ist einfach, das ganze Gehirn ist immer aktiv. Aber eine erste Fehlvorstellung ist natürlich, dass es so wie die Landkarte einfach aufgeteilt ist in unterschiedliche Bereiche. Es gibt weitere Vorstellungen. Dann natürlich, man sieht hier, das Gehirn ist so ein bisschen wie ein Garten oder ein Feld. Und da kann man eben ja einiges machen. Aber auch das ist natürlich eine sehr kurz gegriffene Vorstellung, die aber, wie ich später noch zeigen werde, einige nicht richtige Assoziationen weckt. Kurz einfach, ja, was ist eigentlich im Gehirn? Das sind natürlich vorwiegend Nervenzellen, die miteinander verbunden sind. Man bringt als Mensch, ich kann die Zahl gar nicht aussprechen, so viele mit. Sie sterben ständig ab. Von Anfang an sterben sie ab. Es kommen bei den Menschen mindestens keine mehr dazu. Aber trotzdem werden wir immer intelligenter. Das zeigt schon, die Anzahl der Neuronen ist nicht so entscheidend. Aber natürlich entscheidend ist, was zwischen den Neuronen abgeht. Und die Verbindung, jede Nervenzelle ist im Durchschnitt mit tausend anderen verbunden. Sie kommunizieren über Synapsen. Und man geht gegenwärtig, aber nicht mehr das weiß man genau davon aus, dass die Verbindung über chemische und elektrische Prozesse abläuft. Es gibt sogar jetzt neue Theorien, dass es auch was mit Druck zu tun haben könnte. Also ich will einfach nur zeigen, das Gehirn bleibt ein Mysterium. Und überhaupt zu wissen, was im Gehirn abgeht, ist schon schwierig genug. Und deshalb ist die Frage, ob wir wirklich aus der Hirnforschung etwas ableiten können, was uns hilft, die Schule besser zu machen. Ja, durch Lernen und durch Erfahrung ändert sich vieles in dem Gehirn. Zunächst funktionell, das heißt die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Wenn eben zwei zusammen feuern, dann werden sie verändert. Und das hat auch langfristig Effekte auf die Struktur. Manche Verbindungen sterben ab und dafür werden andere verstärkt. Es wird immer mehr Ordnung im Gehirn geschaffen. Und die größte Erkenntnis, die immer noch zitiert wird, wurde 1949 eben gewonnen von dem HEP, einem Psychologen. What fires together, wires together. Das kommt immer wieder. 1949. Und die Frage ist, was gibt es eigentlich seitdem so wirklich dazugekommen? Ja, das Gehirn wird immer sehr schön abgebildet. So schön bunt, das ist mal ohne, so wie es wirklich aussieht. Also so schön ist es nicht, wie es immer in den Lehrbüchern ist. Also es hat auch, wie gesagt, es ist deshalb so faszinierend, die Hirnforschung, weil sie auch eine gewisse ästhetische Komponente hat. Aber natürlich stellt man sich die Frage, was macht uns Menschen eigentlich so besonders? Das ist ja gar keine Frage, dass wir uns stark verändert haben. Und was wir im Moment zumindest mit ziemlicher Sicherheit sagen können, ist, dass die DNA, die die Entwicklung unseres Gehirns steuert, also die Architektur unseres Gehirns, dass die so vor etwa 40.000 Jahren weitgehend abgeschlossen ist. Und das ist natürlich eine hochinteressante Sache, sich die Frage zu stellen, wir haben ein Gehirn, das an die Steinzeit angepasst war. und trotzdem haben wir Computer entwickelt. Nach allem, was wir wissen, haben andere Spezies die Welt nicht verändert, sonst hätten sie es zumindest gut versteckt. Aber die Menschen haben natürlich die Welt, wie man hier einfach nur an einigen Beispielen sieht, sehr stark verändert. Und diese Frage muss man sich natürlich schon stellen, was macht eigentlich das menschliche Gehirn so einmalig verglichen mit dem Hirn anderer Lebewesen. Aber auch darauf hat die Hirnforschung noch nicht wirklich eine befriedigende Antwort. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir haben sehr viele Nervenzellen und sie sind sehr dicht miteinander verbunden. Ja, was ist jetzt eine gute Erklärung für Lernen? Also, dass das Gehirn beim Lernen beteiligt ist und dass wir nicht gut lernen können, wenn wir eine Hirnstörung haben, das würde niemand in Frage stellen. Dass es das wichtigste Organ ist beim Lernen, auch keine Frage. Aber ganz generell stellt man sich ja in der Wissenschaft immer die Frage, was ist eine gute Erklärung? Und ja, nicht alles, was wahr ist, ist eine wirklich gute Erklärung. Zum Beispiel, was ist eine gute Antwort auf die Frage, warum ist Bill Gates so reich? Richtig ist sicherlich, er verdiente mehr, als er ausgegeben hat. Aber natürlich ist das eine zufriedenstellende Antwort. Auf einige von uns trifft es vielleicht auch zu, dass wir ein paar Ersparnisse haben, also auch mehr angesammelt haben, als wir verdient haben, als wir ausgegeben haben. Aber da bin ich sicher, niemand ist hier so reich wie Bill Gates. Das heißt, das ist schon mal keine gute Antwort. Und wenn man nur einfach sagt, jemand hat Lernschwierigkeiten und das liegt am Gehirn, dann ist das so ungefähr diese Qualität des Reasoning. Ich werde das noch ein bisschen vertiefen. Aber bevor ich weitermache, mache ich mal eine kleine Aufgabe mit Ihnen. Ich lese Ihnen, einige kennen Sie vielleicht schon, die schleppe ich seit Jahren mit mir rum, aber ich glaube, sie ist ganz hilfreich, um das zu verstehen, was ich vermitteln möchte. Wir spielen jetzt Schule. Ich habe Sätze hier an die Tafel projiziert. Ich lese sie vor. Hans baute ein Boot. Urs ließ einen Drachen steigen. Lutz aß einen Apfel. Beat ging über das Dach. Jochen versteckte ein Ei. Dominik setzte das Segel. Peter schrieb ein Drama. Viktor drückt den Schalter. Also, Sie waren toll. Sie haben toll zugehört. Ich bin jetzt sicher, Sie können jede dieser Fragen beantworten. Jetzt bin ich natürlich als Lehrerin mal wieder enttäuscht. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, würde niemand 100 Punkte kriegen. Und Hirnforscher würden jetzt fragen, ja, da hat sich irgendwas in Ihren Synapsen nicht richtig gebildet. Was ist denn mit Ihren Synapsen los? Warum hat Ihr Hippocampus versagt? War Ihre Amygdala gerade mit etwas anderem beschäftigt? All das wären Antworten von Hirnforschern. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine zweite Chance. Noah baute ein Boot. Benjamin Franklin ließ einen Drachen steigen. Adam aß einen Apfel. Der Weihnachtsmann ging über das Dach. Der Osterhase versteckte ein Ei. Christoph Kolumbus setzte das Segel. William Shakespeare schrieb ein Drama. Und Thomas Edison drückte den Schalter. Und jetzt noch mal von 0 auf 100. Ein bisschen hat sich Ihr Gehirn verändert. Das verändert sich ständig, aber bestimmt nicht so stark, dass Sie beim ersten Mal 0 Punkte hatten und jetzt 100 Punkte alles richtig haben. Das heißt, hier wäre die Erklärung dafür, dass Sie beim ersten Mal so schlecht waren und beim zweiten Mal so gut waren, nicht sinnvoll, die im Gehirn zu suchen, sondern in anderen Konstrukten, auf die ich noch eingehe. Aber ich will noch ein anderes Beispiel bringen. Wir haben jetzt ein etwas trauriges Ereignis. Ein Flugzeug ist abgestürzt. Das muss natürlich untersucht werden. Es wird eine teure Expertenkommission eingesetzt. So wie manche Hirnforscher sehr teuer sind, wenn sie eben vor Lehrern sprechen. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Antwort kommt jetzt diese Expertenkommission? Und sie sagt, ja, das Flugzeug ist abgestürzt wegen der Gravitation. Das ist auch wieder klar, das ist richtig. Aber die Frage ist, hat es gelohnt, so eine teure Kommission einzusetzen? Eher nicht, denn man möchte ja nicht wissen, warum genau das abgestürzt ist und alle anderen oben geblieben sind. Also normalerweise kommen Flugzeuge gegen die Gravitation an. Aber die Erklärungen der Hirnforschung sind eben oft in dieser, oder der Hirnforschung, wenn sie sich mit Schule befasst sind, genau diese Qualität. Das heißt, sie sagen nichts Falsches, aber sie sagen auch nichts, was wirklich einen konkreten Fall erklärt. Aber natürlich ist es wichtig, wir wollen das Gehirn besser verstehen und das will ich auch und ich mag auch gerne Ansätze, die natürlich auch das Gehirn mit einbeziehen. Denn wie gesagt, es ist keine Frage, dass auch manchmal Lernen daran scheitern kann, dass Menschen ein nicht ganz funktionales Gehirn haben. Aber es ist einfach wichtig, dass man unterscheidet, auf welcher Ebene man gerade etwas erklären will. Wir wissen, wir können ganz tolle Programmierer sein und haben keine Ahnung von Halbleiterphysik. Das muss man nicht haben, um ein guter Programmierer zu sein. Und so ist auch ein bisschen die Beziehung zwischen Geist und Gehirn. Wenn man sich aus der Kognitionspsychologie mit Lernen befasst, dann hat man natürlich seine eigenen Konstrukte, von denen man weiß, dass sie auf jeden Fall neurale Korrelate haben. Intelligenz, exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Emotionen, und Wissen. Und wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, dann interessiert man sich entweder für die aktuelle Hirnaktivierung, was ich schon sagte, zum Beispiel die elektrischen Aktivitäten, Glucoseverbrauch, oder man schaut sich tatsächlich an, wie die Synapsendichte ist. Das hat alles die Berechtigung. Die Frage ist nur, kann man eine Ebene auf die andere übertragen oder haben wir daraus schon Erkenntnisse? Ja, und da ist der Punkt, die Expertise von Lehrern, die sollte sich natürlich auf den Geist und auf die Anforderungen beziehen. Und ich betone immer, man kann ein ganz toller Mathematiklehrer sein. Nicht, wenn man nichts über Wissen und Arbeitsgedächtnis weiß, dann kann man es nicht sein. Aber wenn ich nichts über das Gehirn weiß, wenn ich trotzdem, wenn ich denken würde, dass Salzsäure ein Neurotransmitter ist, was er nicht ist, dann könnte ich trotzdem ein guter Mathematiklehrer sein. Aber wenn ich keine Ahnung davon hätte, wie ich gleich darauf komme, welche Arten von Wissen es gibt, dann könnte ich es eben nicht sein. Und deshalb ist einfach wichtig, dass man diese Ebenen auseinanderhält. Und wenn wir wirklich schulisches Lernen verstehen wollen, auch aus kognitionswissenschaftlicher Sicht, warum manches so leicht und so schwer ist, dann müssen wir uns eben eine Sache verdeutlichen, dass das, was wir heute in der Schule vermitteln und was auch normalbegabte Kinder in wenigen Jahren lernen, das ist Wissen, das sehr mühsam überhaupt erst in der Wissenschaft entwickelt wurde. Wir müssen in die Schule gehen. Wir müssen nicht in die Schule gehen, um Laufen und Sprechen zu lernen. Das lernen Kinder spontan in der Vorschulzeit, wenn sie gute Vorbilder haben. Aber niemand würde allein analytische Geometrie lernen oder Newtons Gesetze der Mechanik verstehen. Schule wird ja oft negativ gesehen. Warum wird nicht besser gelernt? Aber eigentlich bleibt es ja ein kleines Wunder, dass diese Institution es fertigbringt, dass eben in wenigen Jahren Wissen vermittelt werden kann, dass eben auch wirklich geniale Geister erst über Jahre mühsam der Natur abgerungen haben. Aber das ist natürlich der Grund dafür, dass wir in die Schule gehen müssen, dass wir kondensiert lernen müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass Lehrer eben den Stoff natürlich verstehen und dass sie eben verstehen, welche Schwierigkeiten eben unser 40.000 Jahre altes Gehirn, also wo der Bauplan 40.000 Jahre alt ist, dass man das nicht einfach so versteht. Das ist natürlich, dass wir lernen können, nicht allein eine Frage des Gehirns, sondern es ist eine Frage der kulturellen Werkzeuge. Wir haben, wie Sie eben gerade gesehen haben, noch nicht lange bezogen auf die 40.000 Jahre, aber immerhin seit 5.000 Jahren Schrift. Wir haben Symbolsysteme entwickelt und die haben eben wirklich dazu geführt, dass man kondensiert lernen kann. Und hier sind zwei Beispiele, wo klar ist, nicht überall in der Welt werden die gleichen Symbolsysteme entwickelt, aber unabhängig davon, wo man gerade geboren wird, ist das menschliche Gehirn in der Lage, entweder die Zeichenschrift zu lernen, die chinesische oder eben unsere alphabetische Schrift. Aber da gibt es auch schon interessante Aspekte, dass man eben findet beispielsweise, dass Lese-Rechtschreib-Schwäche bei Menschen in China oder Japan, die eben diese Zeichenschrift lernen, dass die andere kognitive Grundlagen hat, als zum Beispiel das Lernen unserer alphabetischen Schrift. Da spielt Phonologie eine viel größere Rolle. Sie wissen, dass vor allen Dingen phonetische Bewusstheit eine große Rolle spielt, während beispielsweise in China man viel, sehr gut, wie man hiervon sieht, visuell differenzieren muss. Und das ist auch ein schönes Beispiel. Ein Kind, das vielleicht ein paar Probleme hätte bei der visuellen Differenzierung, das nicht so gut so einen spitzen und nicht ganz so spitzen Winkel unterscheiden kann und deshalb bei den Schriftzeichen Probleme hat, das würde unsere Schrift problemlos lernen. Und umgekehrt würde man eben, wenn man ein paar akustische Probleme hat, weniger Probleme haben mit der chinesischen Schrift. Das soll einfach auch wieder betonen, dass es wirklich nicht geht, allein etwas aufs Gehirn zu reduzieren, sondern dass man die Interaktion sehen muss zwischen den kulturellen Werkzeugen und den Ressourcen, die das Gehirn mitbringt. Warum können wir überhaupt lesen und schreiben lernen? Das Gehirn war nicht darauf vorbereitet, es ist auf vieles vorbereitet. Wir können Tiefen sehen, wir können bestimmte Laute unterscheiden von Anfang an, Schriftsprache, dafür waren wir nicht vorbereitet. Da gibt es auch jetzt interessante Ergebnisse, die durchaus auch mit Hilfe von neuronalen Korrelaten entwickelt wurden. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung, dass wir das, was wir mitgekriegt haben von der Natur über Gesichtserkennung und räumlich-visuelle Fähigkeiten, wenn das zusammenkommt, dann kann man Schrift lernen. Aber es ist eben interessant, man muss den kulturellen Kontext sehen einfach. Und mit dem Gehirn selber erklärt man gar nichts. Um nochmal zu zeigen, wie wichtig wirklich die Kultur ist, hier ein Beispiel, der intelligenteste Römer hätte diese Aufgabe nicht lösen können, obwohl er ein gut funktionierendes Gehirn hatte, weil das römische Zahlensystem alles andere als hirngerecht sozusagen ist. Ein normal begabtes Grundschulkind kann die gleiche Aufgabe problemlos lösen. Und das lässt sich auch nicht allein mit dem Gehirn erklären, sondern das lässt sich einfach damit erklären, dass im Laufe der kulturellen Entwicklung man eben gesehen hat, mit dem römischen Zahlensystem ist nicht viel los. Da kann man zwar zählen, aber man kann nicht wirklich Beziehungen zwischen den Mengen abbilden. Und so richtig gut ging auch mit der Technik, ging es eben erst voran, als man die Null eingeführt hat. Ein Zeichen für das Nichts zu haben war gar nicht trivial und dann eben mathematische Modellierung vornehmen konnte. Dass das römische Zahlsystem wirklich kontraintuitiv ist zur menschlichen Informationsverarbeitung, sieht man schon daran, dass eine größere Zahl weniger Stellen hat als eine kleinere Zahl. Das würde man sagen, das ist eigentlich eine unnötige Schwierigkeit. Der Vorteil war natürlich, im römischen Reich gab es keine Rechenstörungen, weil es einfach nichts zu rechnen gab. Wenn es dann später um die Mathematik geht, dann kann es ganz schön kompliziert werden, zu verstehen, dass zwei Viertel plus ein Drittel nicht drei Siebtel sind. Da muss man auch lange in der Schule gewesen sein. Oder dass sechs Siebtel größer ist als sechs Achtel, dass man plötzlich aufgeben muss, dass eine größere Zahl immer eine größere Menge beschreibt. All das sind natürlich die Schwierigkeiten, die man in der Schule hat, wo man erstmal wirklich konzeptuelle Umstrukturierung betreiben muss, um damit zurechtzukommen. Wenn man aus psychologischer Sicht eben wirklich lernen, verstehen will, dann kann es einfach sinnvoll sein, alle möglichen psychologischen Konstrukte heranzuziehen. Verwenden Sie immer noch das Buch, verwenden Sie das noch, was wir damals zusammen geschrieben hatten. Ja, da ist das Modell, leider durften wir diese schöne Abbildung so nicht machen, weil die Abbildung vereinheitlicht wurde. Aber wir haben mit meinen Co-Autoren in diesem Buch mal zusammengefasst, was eigentlich beim Lernen eine Rolle spielt. Das Dreispeichermodell eben aus der Gedächtnisforschung, das natürlich neuronale Korrelate hat. Es geht im Gehirn ab, aber es ist zum Beispiel nicht so, dass man wirklich im Gehirn finden würde, was genau ist das Ultrakurzzeitgedächtnis und was ist da das Arbeitsgedächtnis, dass man da Bereiche abstecken könnte, sondern man muss das ja wirklich losgelöst sehen. So wie die Modelle in der Chemie auch losgelöst sind, eben von Beobachtungen, so sind auch die kognitionswissenschaftlichen Modelle losgelöst. Und Sie hatten es schon gesehen, als Sie diese kleine Übung gemacht haben mit den Sätzen, da war das erste Mal Ihr Arbeitsgedächtnis überfordert, weil Sie sich diese willkürliche Information so nicht merken konnten. Warum hat gerade Hans das Boot gebaut und nicht Peter? Beim zweiten Mal konnten Sie Ihr Arbeitsgedächtnis voll einsetzen, weil Sie eben auf Vorwissen zurückgreifen konnten. Und Wissen und Arbeitsgedächtnis, das sind so die zentralen Konstrukte, die man eben sinnvollerweise heranzieht, wenn man Lernen, erfolgreiches und nicht so erfolgreiches Lernen erklären möchte. Jetzt ist natürlich, wenn ich einfach nur sagen würde, er hat etwas nicht gekonnt, weil er das Wissen nicht hatte, das ist genauso trivial, wie den Flugzeugabsturz mit der Gravitation zu erklären. Man muss natürlich schon dann das Wissenskonstrukt und auch das Arbeitsgedächtniskonstrukt etwas besser ausführen, aber ich glaube, das können wir in der Psychologie ganz gut. Warum sind Arbeitsgedächtnisfunktionen und Wissen die bessere Erklärung für das Scheitern oder Gelingen von Lernen, als einfach nur zu sagen, es sind Synapsen? Das liegt einfach daran, dass wir dieses Konstrukt so gut inzwischen aufschlüsseln konnten, dass man verschiedene Wissensarten identifizieren kann und damit eben dann auch erklären kann, warum manchmal eben etwas gelingt oder nicht. In der Kognitionswissenschaft hat es sich eben eingebürgert, zu sagen, es gibt das sogenannte Wissen, dass, deklaratives Wissen, Fakten, Begriffe. Das wird, man kann auch sagen, das ist Explikation, das ist Wissen, über das ich sprechen kann, über das ich eine Zeichnung anfertigen kann, mit das ich in Symbolsystemen eben kommunizieren kann. Es gibt das Wissen wie, prozedurales Wissen, das ist automatisiert beispielsweise. Man kann auch sagen, das ist sozusagen Verdichtung und wenn ich prozeduralisiere, dann habe ich eben tatsächlich, auch mal kann ich mein Arbeitsgedächtnis effizienter nutzen, weil ich eben sozusagen das Wissen etwas kondensiere, zusammenpacke. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Wissensarten ist sehr wichtig. Man muss sich die Frage stellen, dann natürlich, warum habe ich die Berechtigung, das zu unterscheiden? Viele Neuroforscher sagen, ja, wenn ich das nicht im Gehirn finde, diese Unterscheidung, dann gibt es die auch nicht. Aber das ist natürlich wissenschaftstheoretisch sehr verkürzt und falsch. Ich darf immer Unterscheidungen vornehmen, wenn sie kausal wirksam sind, wenn ich wirklich etwas erklären kann, mit einer Sache, die ich ohne sie nicht erklären könnte. und wir wissen beispielsweise Automatisierung, Kondensierung von Wissenverdichtung, das erwirbt man vor allen Dingen durch Wiederholung, Lernen am Erfolg, das kann ich noch steuern. Da sollte man möglichst wenig Fehler machen, aber wir wissen auch, es gibt Fächer, da wird es nicht viel bringen, zu wiederholen, also es wird manchmal gemacht, aber deshalb bringen sie auch wenig. Physik ist das Paradebeispiel, dass man eben lernen kann, natürlich Kraft ist Massimalbeschleunigung und alle möglichen Formeln und wenn die Lehrer nichts anderes nachfragen, dann kriegt man sogar eine gute Note in Physik, aber man kann das machen, ohne dass man überhaupt einen Kraftbegriff hat. Aber es ist wichtig durch Wiederholung und es ist auch wichtig, wir haben das einmal eigentlich hoffentlich alle gut gelernt, dadurch haben wir eben ein Zahlennetzwerk, wenn wir Englisch gut können, dann müssen wir mal Vokabeln gelernt haben, also es ist wirklich wichtig, durch Wiederholung einfach Sachen zu verdichten, aber es ist natürlich nur die eine Seite. Es gibt auch eine andere Form des Wissens, hatte ich ja schon gesagt, konzeptuelles oder deklaratives Wissen, über das man sprechen kann und das ist deshalb so wichtig, diese Art von Wissen, weil hier nämlich es um Verstehen geht und weil man häufig das, was man schon weiß, nochmal umstrukturieren muss. Das wirklich verzwickt, insbesondere in Naturwissenschaften ist immer, dass tatsächlich die Wörter bekannt sind, aber die Schüler etwas anderes darunter verstehen als die Lehrer. Säugetier, wenn man siebenjährige Kinder fragt, was ein Säugetier ist, ja, die haben Fell, ist nicht verkehrt, aber viele haben Fell, aber natürlich der Biologe möchte auch was ganz anderes hinaus, auf die Reproduktion. Oder Gewicht, Kinder behaupten immer noch, ein Haufen Reis hat Gewicht, ein einzelnes Reiskorn nicht. Wenn man sie dann fragt, und wenn ich das Reiskorn der Ameise auf den Rücken lege, ja, dann hat es Gewicht. Das heißt, für die Kinder ist, Gewicht haben schwer anfühlen und das ist sozusagen konsistent, was sie da sich vorstellen, aber der Physiklehrer, der nicht darauf eingeht, dass Kinder unter Gewicht etwas ganz anderes verstehen als er, der hat schon verloren, bevor er überhaupt anfängt. Oder Dinge wie Trägheit im Alltag, ich kriege was nicht von der Stelle. In der Physik hat es eben eine ganz andere Bedeutung. Ein Beispiel, was man in keiner Schule, im Schulbuch findet, weil es das Kind eines meiner Mitarbeiter mal gefragt hat, heute haben wir in Biologie gelernt, der Mensch stammt vom Affen ab, ja, das stimmt. Dann fragte sie, wann war ich ein Affe? Das heißt, das Kind hatte eben auch einen ganz anderen Begriff von Mensch, als er in der Biologie vorgesehen ist. Und das sind die größten Probleme im Unterricht, was man nicht einfach durch Wiederholungen lernen kann, wo man die Kinder wirklich dazu bringen muss, mal falsche Dinge zu sagen, damit man sie dann eben mit ihnen korrigieren kann. Und zwar die Unterscheidung zwischen prozeduralem Wissen, wo es um Verdichtung geht, und explizitem Konzeptwissen, die ist deshalb wichtig, weil man sie auf unterschiedliche Weise erwerbt und weil Fehler im ersten Fall nicht zu häufig gemacht werden sollten. Der Deutschlehrer, der sagen würde nach dem Diktat, jetzt schreibt jedes Kind das Wort, das es falsch geschrieben hat, hundertmal so falsch ab, wie es es geschrieben hat, das wäre nicht die richtige Methode. Aber im Physikunterricht sollte man sehr lange mit den Kindern darüber sprechen, was sie unter Gewicht oder Trägheit, unter Kraft verstehen und ihnen sie dann irgendwann überzeugen, dass man den Begriff etwas anders auch noch verstehen kann und dann mehr erklären kann. Und deshalb, die Unterscheidung zwischen, die muss man nie im Gehirn finden und trotzdem ist es eine wichtige Unterscheidung, die für Lehrer entscheidend ist. In Mathematiklehrbüchern gibt es ein Beispiel, ein Kind wird gefragt, was ist ein Viertel von 32? Und es sagt sieben. Wenn Lehrer sich nicht wirklich Gedanken machen würden über unterschiedliche Wissensarten würden sagen, ja, das Kind hat mal wieder das 1x1 nicht gelernt, jetzt wird das 1x1 hundertmal geübt. Jemand hat mal das Kind gefragt, wie es darauf kommt und dann sagt es, ein Viertel, ja, das ist immer 25 und 32 minus 25 ist 7. Das heißt, das war hier das Problem nicht bei dem prozeduralen Wissen, sondern beim konzeptuellen Wissen, dass ein Viertel nicht immer 25 ist, sondern dass man das relational sehen muss, dass er muss es eben noch lernen. Und das ist so ein wichtiger Punkt einfach, dass man Unterscheidungen vornehmen kann, sinnvollerweise in der Kognitionswissenschaft, unabhängig davon, ob man sie jemals im Gehirn finden wird. Zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis gibt es ganz gute neuronale Korrelate, auch wenn man es nicht sagen darf, das sitzt im Frontalhirn. Aber es hat noch niemand wirklich überzeugend irgendwelche Unterschiede gefunden zwischen prozeduralem und deklarativen Wissen. Wenn man diese Unterscheidung kennt und insbesondere weiß, wie schwierig es ist, bestimmte Wissensarten zu erwerben, dann hat man auch ein Gefühl davon, dass Lernen nicht einfach so ein Bild ist, wie eine Leiter besteigen, sondern dass man eben mühsam ein Netzwerk aufbauen muss. Ich versuche jetzt so als Gegenpol ein bisschen zu diesem sexy Gehirn, was ich anfangs dargestellt habe, auch aus der Kognitionsforschung, eben einprägsame Bilder zu entwickeln. Und das ist eben eines davon. Also das hatte ich schon gesagt, dass man eben hier wirklich diese Unterscheidung nicht macht, weil man sie im Gehirn findet, sondern weil man andere gute Gründe dafür hat. Ja, das wäre ja noch alles akademisch, aber manchmal machen die Hirnforscher auch Aussagen, die wirklich völlig kontraproduktiv zu dem sind, was man in der Lehr- und Lernforschung entwickelt hat. Ja, ich höre sehr häufig, ja, man hat doch gesehen, es bilden sich Synapsen. Reicht das nicht einfach, wenn man für einen Gehirn nachgewiesen ist? Und ich habe sogar mal auch unter Ärzten, die meinen, wenn man nachweisen kann, dass sich irgendwas im Gehirn verbindet, dann war das, was man gemacht hat, schon gut. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das Kind ein Gewaltporno sieht, dann werden sich noch mehr Synapsen bilden. Also das ist nicht das Argument, sondern man muss wirklich die Wissensentwicklung sich anschauen. Und da will ich jetzt einfach mal eine Arbeit zeigen, die in der Guten Journal erschienen ist. Da konnte man tatsächlich zeigen, dass wenn man den Leuten Brüche gezeigt hat, dann wurde das Areal, das auch aktiviert wird, wenn man ganz normale Zahlen, also ganze Zahlen aktiviert, wurde auch aktiviert. Und daraus wurde dann gleich geschlossen. Ganz offensichtlich sind die gleichen Hirnteile zuständig für Bruchrechnung und für ganze Zahlen. Und das sollte in Zukunft eben mal die Pädagogik stärker berücksichtigen. Aus so einem primitiven Ergebnis gleich so etwas zu schließen, ist natürlich falsch. Und den Lehrern den Eindruck zu geben, sie hätten bisher irgendwie nur es nicht geschafft, die Gehirnressourcen zu aktivieren. Und da wird die Hirnforschung wirklich gefährlich, wenn sie solche Aussagen macht. Denn Bruchrechnung ist etwas, was wir nicht natürlich verstehen. Ganze Zahlen, das wurde uns schon vor 40.000 Jahren ins Gehirn eingepflanzt. Es gibt andere Dinge, die wirklich auch durch die Presse gehen. Und man kann auch ein paar Sachen zeigen, dass wenn man bestimmte Teile im Gehirn stimuliert, insbesondere die, die so für Zahlenerkennung zuständig sind, dann können Leute ein bisschen besser rechnen. Und daraus, das ist tatsächlich ein interessantes Ergebnis. Da wird natürlich jetzt auch schon geschlossen, dass man zukünftig in der Schule den Kindern so eine Haube aufziehen sollte. Und dann, wenn man es einmal eins übt, mal kurz da Strom reinschicken soll. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Ja, zwei Mitarbeiter von mir, die inzwischen selber Professoren sind und ein paar Leute zusammen, die haben dann mal geschaut, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dieser Stimulation. Bringt es etwas? Sie haben alle arbeitend gescannt und man konnte tatsächlich kleine Effekte finden, aber eben immer nur für auswendig lernen, Vokabeln und Facts. Aber ich habe sie dann natürlich gefragt, weil ich immer sehr kritisch bei solchen Sachen bin, ob man denn schon mal gefunden hätte, ob eben tatsächlich dann man das Material auch besser reproduzieren kann, ob man wirklich die Vokabeln dann auch im Satz verwenden kann oder ob man dann nur sagt, ja, go, went, gone, aber nicht weiß, was es wirklich bedeutet. Und da mussten sie zugeben, dass man wirklich immer nur getestet hat, ob das wiedergegeben werden kann. Und bevor ich das in die Schule einsetzen würde, diese Methode in der Schule einsetzen würde, würde ich wirklich checken, ob man nicht dann tatsächlich einfach unsinniges Faktenwissen erwirbt, das man nicht anwenden kann. Also auch hier wieder Interessantes, sind natürlich solche Effekte, aber sehr vorsichtig, wenn es darum geht, das in der Schule umzusetzen. Ja, noch gefährlicher wird es, und da gibt es wirklich große Abweichungen, auch wieder so eine Analogie, damit was ordentlich wächst, muss man natürlich entbuten, bevor man es sät, ordentlich behandeln. Und das hat auch seine Entsprechung, wenn man Brain Enhancement angibt oder Gehirn-Jogging, Gehirntraining, dann kann man sehr viele Programme finden. Und es gibt tatsächlich Hirnforscher, die sagen, das ist egal, was man lernt, Hauptsache das Gehirn wird ordentlich trainiert. Und wenn man Brain Jogging eingibt, dann findet man so schöne Bilder. Und tatsächlich wäre es natürlich sehr gefährlich, wenn man in der Schule jetzt nur ja noch diese Arbeitsgedächtnisübungen macht oder Gehirn-Jogging macht. Man kann sie meinetwegen im Altersheim machen, wo die Leute sich nicht mehr auf eine Zukunft vorbereiten müssen. Aber in der Schule sollte man wirklich Wissen erwerben und nicht meinen, man könnte einfach sozusagen das Gehirn ordentlich mal durch anstrengen und dann wird auch besser gelernt. Die Auffassung besteht natürlich schon lange, dass das der Fall ist. Lateinunterricht, da habe ich auch ein bisschen zu geforscht, dem hat man ähnliche Dinge mal lange nachgesagt. Wer Latein lernt, der lernt auch besser Mathematik. Das ist absoluter Unsinn. Wer Latein lernt, kann Latein und hat vielleicht ein bisschen besseres Sprachverständnis. Aber die entscheidende Erkenntnis eben der Kognitionsforschung ist, man hat immer bereichsspezifisches Wissen und nur Wissen kann erworben werden und nur Wissen kann auf neue Bereiche übertragen werden. Deshalb ist es so wichtig, mit was man die Zeit in der Schule verbringt. Man kann nicht sagen, ja man lernt irgendwas, damit die Kinder ihr Gehirn ordentlich anstrengen und dann werden sie später besser lernen. Man muss wirklich sich überlegen, wie man eben Vorläuferfähigkeiten für späteres Wissen trainiert. Also alles, was man eben bisher gefunden hat an Meta-Analysen von Gehirnjogging ist, die Leute werden natürlich besser, durch Übung wird man in allem besser, aber es gab nie einen Transfereffekt. Also wer Gehirnjogging-Aufgaben macht, der wird in der nächsten Mathematikstunde nicht besser als jemand, der sie nicht gemacht hat. Ja, aber tatsächlich behaupten tatsächlich immer noch viele Hirnforscher, dass es einfach nur darum geht, dass man Synapsen verbindet und wenn Kinder lieber diese Spiele machen als Rechnen, dann sollen sie doch die Spiele machen, dann kommt das Rechnen von selber und das ist wirklich brandgefährlich und da müssen wir wirklich gegen angehen und deshalb habe ich auch so viele Kämpfe mit Hirnforschern von in meinem Leben geführt. Ja, eine andere Sache ist Lernen und Alter. Also da gibt es auch verschiedene Auffassungen, werden wir besser, werden wir schlechter. Häufig meint man, Kinder können so vieles besser als Erwachsene, weil ihr Gehirn noch plastischer ist und natürlich können sie auch tatsächlich besser im Allgemeinen Memory spielen als Erwachsene, aber natürlich, weil sie auch viel Zeit mit Memory verbringen. Wenn man immer man ja wirklich Bereiche vergleicht, wo man lange dran arbeiten muss, dann findet man schon wieder, dass Erwachsene besser sind. Aber es ist klar, die Art und Weise, wie wir lernen und was wir lernen, ja, das verändert sich mit dem Alter. Warum? Da würden wir als Kognitionspsychologen natürlich sagen, ja, das ist Ergebnis von Erfahrung und Vorwissen. Die Hirnforscher würden sagen, es ist die Folge der Veränderung im Gehirn, abnehmende Plastizität. Es gibt kritische Phasen und das ist natürlich für Sie, die eben in der Vorfuhldidaktik sind, wichtig. Es gibt angeblich kritische Phasen und wenn man in der Zeit etwas nicht gelernt hat, dann kann man später nicht mehr lernen. Deshalb muss man sehr, sehr gut planen, was man früh mit den Kindern macht. Gespeist wird das so von der Vorstellung und das sind jetzt auch wieder Bilder, die real sind. Das sind Synapsendichte, die ist am Anfang noch gering, die nimmt im ersten Jahr enorm zu. Mit zwei Jahren ist alles miteinander vernetzt und später hört es schon wieder auf. Und diese Differenz zwischen Two Years and Adult, das hat man lange Zeit, hat einen sehr nervös gemacht, weil man gesagt hat, ja, offensichtlich wurden so viele Sachen nicht genutzt in der frühen Kindheit, da sind sie verloren gegangen nach dem Motto Use it or lose it und wir haben kritische Phasen versäumt. Da wissen wir inzwischen, das ist absolut Unsinn. Das Gehirn muss sich erst stabilisieren. Es ist nicht sinnvoll, wirklich systematisch mit Kindern vor vier Jahren zu lernen. Dann kann man es. Natürlich soll man mit ihnen schon sprechen und sie lernen schon viel, aber zum Beispiel instruktiv lernen durch Erklärung, das können sie etwa erst mit vier Jahren. und sozusagen die Synapsendichte oder so das Herausbilden von bestimmten Netzwerken, das ist überhaupt erst die Voraussetzung für das Lernen. Also da muss man nicht nervös werden. Ja, die Teile im Gehirn, die für visuelle Verarbeitung zuständig sind, da wird früher Ordnung geschaffen, als bei denen, die für Sprache zuständig sind und was so exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis angeht, das wird noch später erworben. Aber das muss einen nicht nervös machen, dass man sagt, man hat hier kritische Phasen verpasst, sondern tatsächlich ist man erst überhaupt für bestimmte Dinge offen, wenn sich das Gehirn von selber stabilisiert hat. Aber dafür muss man natürlich Voraussetzungen schaffen. Es ist klar, man muss sich darum kümmern, dass kleine Kinder gute Bedingungen haben, dass sie emotionale Wärme haben, dass sie Input kriegen über Sprache. Aber das ist mehr oder weniger schon das, was sie eigentlich nur brauchen. Die Konsequenzen für die Frühförderung würden eben auch Hirnforscher und Kognitionsforscher wieder unterschiedliche Schlüsse ziehen. Als Kognitionsforscher würden wir sagen, wir müssen uns eben überlegen, Wissen ist wichtig, insbesondere Wissen, das nicht angelegt ist, wie Lesen und Schreiben lernen. Das ist nicht angelegt. Da müssen wir überlegen, ob wir Vorläuferfähigkeiten schon im Kindergarten trainieren. Und wir wissen, dass allein ein Training der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten, wo die Kinder eben lernen, Silben und Laute einfach spielerisch zu unterscheiden, dass ihnen das später hilft, wenn sie Lesen und Schreiben lernen. Oder dass man mit Kindern schon zählen sollte, dass man eben Quantitäten thematisieren sollte, wo ist gleich viel, wo ist unterschiedlich. Das ist alles sehr wichtig, einfach weil sie dann schon Vorwissen erwerben, das sie später nutzen könnten. Da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. Aber hier ist eben auch wieder wichtig, dass man sich überlegt, was übe ich. Die Hirnforscher sagen vor allen Dingen, ja, also die abnehmende Plastizität des Gehirns, da müssen wir entgegenwirken. Es gibt kritische Phasen und wir sollten eben wirklich sicherstellen, dass das Gehirn der Kinder immer ordentlich angeschmissen wird. Und am besten schon in den USA gab es wirklich alle möglichen verrückten Spielzeuge, die die Eltern hoffentlich nicht eingesetzt haben, dass man schon blinkende Farben über der Wiege hatte, damit sie eben nicht die kritischen Phasen für Farberkennung verpassen vielleicht sind das heute die Trump-Wähler, ich weiß es nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist einfach hier wirklich, werden unterschiedliche Konsequenzen gezogen und dafür, dass man eben möglichst früh Vorläuferfähigkeiten für wichtige Dinge trainiert, dafür gibt es sehr viele empirische Evidenz, für die Aussagen der Hirnforscher gibt es keine und trotzdem muss man immer befürchten, dass die stärker sich durchsetzen und das bleibt ein Problem. Ja, das ist eben der Grund, warum die Beschäftigung mit Neuropädagogik schädlich ist für Lehrer. Ärzte müssen sich natürlich mit dem Gehirn befassen. Es gibt Kinder und Menschen, da ist im Gehirn irgendetwas anders, dafür gibt es Psychiater, das ist deren Aufgabe. Lehrer hingegen müssen sich mit dem Geist befassen und wenn Lehrer meinen, sie müssen jetzt, damit sie lernen, besser verstehen, mehr über die neuronalen Grundlagen lernen, das können sie natürlich machen, aber das hilft ihnen kein bisschen, ihr pädagogisches Handeln zu verbessern, da kriegen sie sozusagen so eine, ja, tatsächlich so eine Pseudosicherheit. Hingegen die Unterscheidung zwischen prozeduralem Wissen und konzeptuellem Wissen, die braucht jeder Lehrer in jedem Fach, wenn er eben wirklich darüber nachwissen will, warum manchmal Lernen klappt und manchmal nicht. Ja, das Problem ist eben tatsächlich, dass es durch die Hirnforschung Hoffnung auf Rezepte geweckt werden, wo eigentlich Reflexion der eigenen Tätigkeit angesagt wird und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich so manchen Kampf mit verschiedensten Leuten geführt habe. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch natürlich Wissenschaftlerin, wenn ich Lernen verstehen will, möchte ich natürlich auch gern wissen, wie die Interaktion zwischen Geist und Gehirn ist und ich würde auch nie sagen, dass wir da Forschung ignorieren sollten, insbesondere als Psychologen ist es wichtig, wenn die Hirnforschung etwas herausfindet, was unseren psychologischen Theorien widerspricht, dann müssen wir uns überlegen, ob wir die Theorien, müssen wir die nochmal überdenken. Ich glaube, es war auch wichtig, als ich noch anfing, Psychologie zu studieren vor 40 Jahren, ich bin genauso alt wie Jens Möller, da dachte man noch, Schizophrenie ist darauf zurückzuführen, dass es eine schlechte Mutter-Kind-Beziehung gab. Heute wissen wir, das hat wirklich etwas mit Hirndysfunktionen zu tun, die sich unter manchen Umweltbedingungen eher niederschlagen als unter anderen, aber man kann kein gesundes Kind zu schizophren machen durch schlechte Behandlungen, man kann es depressiv machen oder was auch immer, aber nicht schizophren. Das heißt, es gibt wirklich viele psychische Probleme, die ihre Ursache im Gehirn haben und das ist auch wichtig, aber das ist nicht die Aufgabe der Lehrer, das ist die Aufgabe der Ärzte, deshalb ist diese Arbeitsteilung wichtig. Ich bringe gerne ein anderes Beispiel, wo man wirklich sagen würde, hier können Hirnforscher mal mehr erklären als Psychologen, Eckhard Altenmüller, der ist ja Mediziner an der Musikhochschule in Hannover, ein sehr reflektierter Mensch, der hat sich mit dem Musikerkampf beschäftigt. Es gibt sehr, sehr gute Musiker, die plötzlich nicht mehr, oder Klavierspieler vor allen Dingen, die plötzlich nicht mehr den Ringen und den Mittelfinger zusammen, ja, unabhängig bewegen können. Das beeinträchtigt natürlich ihr Klavierspiel. Ja, wenn wir da als Psychologen gefragt werden, warum kommt das plötzlich, warum haben sie diese Störung, würden wir vielleicht sagen, ja, motivationale Probleme, sie haben irgendwann keine Lust mehr oder was auch immer. Eckhard Altenmüller, und das sind übrigens Leute, die noch ihre Schnürsenkel binden könnten, das ist interessant, also sie ist nicht so, dass es wirklich eine Störung ist, sie können andere feinmotorische Tätigkeiten eben durchaus ausführen, aber sie können nicht mehr Klavier spielen. Sind sie unmotiviert, haben sie unbewusste Widerstände, aber tatsächlich konnte Eckhard Altenmüller zeigen, nein, es ist die Architektur des Gehirns, weil man eben zeigen konnte, dass die Areale im Gehirn, die sozusagen die Fingerbewegung steuern, von dem Ring und dem Mittelfinger, dass die sehr eng miteinander liegen und die kommen sich irgendwann ins Gehege, die haben also irgendwann sozusagen Regionalkämpfe, insbesondere, wenn man eben diese sehr feinmotorische Sachen machen muss. Wenn das Gehirn anders aufgebaut wäre, dann gäbe es diese Probleme nicht, die auseinanderliegen würden und das ist ein schönes Beispiel dafür, wo wirklich mal die Hirnforschung bessere Erklärungen liefert als die Psychologie. Es bleibt mir wie gesagt wichtig, dass man nicht diesen Forschungszweig verteufelt, sondern wirklich sagt, man muss wirklich schauen, wo kann man etwas besser erklären. Ja, ein anderes Beispiel ist natürlich Entwicklung im Jugendalter. Junge Leute können manchmal ein bisschen seltsam sein, die waren sehr nette Kinder, aber dann flippen sie mal aus. Da wissen wir inzwischen, das hat viel damit zu tun, dass das Frontalhirn, das eben sehr stark an Arbeitsgedächtnisfunktionen beteiligt ist, dass sich das in der Pubertät sehr stark verändert. Da passiert nämlich das, was man Pruning nennt. Da ist eine Gartenanalogie, die mal ganz angebracht, Bäume muss man ja auch beschneiden, damit sie gut wachsen und damit das Gehirn eben funktionsfähig wird, müssen viele synaptische Verbindungen abgekappt werden und dafür müssen andere verdichtet werden und da ist ordentlich was los im Gehirn der Jugendlichen und deshalb sind sie manchmal emotional etwas instabil. Also ein Verständnis dafür, dass Jugendliche manchmal emotionale Probleme haben oder auch nicht gut planen können. Da konnte Lorenz Steinberg schöne Beispiele bringen, dass insbesondere, wenn es um die exekutive Kontrolle geht, dass die da Probleme haben, die wirklich auch ihre Ursache im Gehirn haben. Sie sind impulsiv und was auch alles Mögliche. Da würde man sich aber eben tatsächlich hoffen, dass da die Hirnforscher wirklich auch Stellung beziehen zu dem Bereich, der in ihrem Kompetenzbereich fällt, geht der im Moment wieder um die Frage, soll man Cannabis legalisieren und ist es nicht so harmlos? Da wissen wir inzwischen, das ist es eben gerade im jugendlichen Gehirn nicht und weil eben dort so viel noch sich verändert. Da würde man sich tatsächlich sehr viel mehr wünschen an dezidierten Stellungnahmen, dass es eben nicht einfach, dass man keine Spaßbremse ist, wenn man eben sagt, nein, die Jugendlichen sollten wirklich keinen Cannabis rauchen, weil im Erwachsenenalter, wenn sich das alles stabilisiert hat, sieht es vielleicht nicht so schlimm aus. Aber da hört man eher leider nicht so viel, wie man eigentlich sollte. Ja, ich komme zum Schluss auch jetzt schon zur Frage, was hat sich jetzt eigentlich geändert? Also nach PISA hatten ja diese Hirnforscher plötzlich so ihre Hochzeit, weil sie meinten, sie könnten jetzt erklären, warum die deutschen Schüler so schlecht sind. Habe ich nie verstanden, weil niemand eigentlich auch denken würde, dass die finnischen Kinder ein anderes Gehirn hätten als die Deutschen. Sie hatten halt besseren Unterricht, aber trotzdem meinten die Hirnforscher, sie können es mit dem Gehirn erklären. Fanden viele etwas seltsam, auch sehr gute Leute aus den Ministerien. Deshalb wurde ich 2003 mal gebeten, als ich nach dem Max-Planck-Institut war, mit diesen Personen dann eine Expertise zu schreiben, wo es um die Frage ging, was kann wirklich Neuroforschung zur Lernforschung beitragen? Wir haben uns dann mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt, welche Fragen kann man da beantworten? Und da waren also eher Grundlagenfragen, völlig klar, da waren auch einige. Und 2000, ungefähr 13 Jahre später, 14 Jahre später, hatte ich dann nochmal die Chance, ich wurde von dieser Zeitschrift, Zeitschrift für Psychologie, angefragt, das ist eine traditionsreiche deutsche Zeitschrift, ob man nicht mal ein Special Issue über Neuroscience und Education machen könnte. Ich habe dann einen internationalen Aufruf gemacht, habe die Fragen nochmal in dem Aufruf gelistet, die wir damals aufgestellt hatten. Die Frage war, hat sich irgendetwas geändert in den 13 Jahren, wo sehr viel Geld in die Hirnforschung geflossen ist? Es war eher enttäuschend, dass also eigentlich keine dieser Fragen jemals beantwortet wurde und was auch noch interessant war, dass also auch bisher wirklich kein Trainingsprogramm zum Beispiel zu Dyslexie oder Dyskalkulie wirklich aus der Hirnforschung abgeleitet wurde. Natürlich wissen wir Dyskalkulie und Dyslexie, die haben etwas damit zu tun, dass das Gehirn dieser Kinder nicht so funktioniert wie Kinder, die keine Probleme haben. Aber alles, was man wirklich an Therapiemöglichkeiten, an Interventionsmöglichkeiten entwickelt hat, dazu hätte man die Hirnforschung überhaupt nicht gebraucht. Ja, damit komme ich zum Schluss. Soll ich Ihnen so danken? Eher nicht. Aufmerksamkeit auch nicht. So lieber für die Aktivierung Ihres Vorwissens und wenn Sie mehr über mich lesen wollen oder von dem, was ich geschrieben habe, ich habe manchmal auch was Bücher veröffentlicht. Ja, vielen Dank. 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 Vielen Dank.